Heilung derzeit leider nicht lieferbar. Von Krebsmitteln bis Antibiotika. In Deutschland gibt es einen zunehmenden Arzneimittelengpass. Wie kann das angehen? Antworten und weitere spannende Themen sehen Sie gleich bei Nano. Herzlich willkommen. Wir wissen, was Ihnen fehlt und was Ihnen hilft. Doch die Heilung ist leider gerade nicht lieferbar. Ein Satz, den sich immer mehr Patienten anhören müssen. Denn lebenswichtige Medikamente in Deutschland werden knapp. Wie kann das sein? Antworten und diese Themen haben wir heute für Sie bei Nano. Ein Patient leidet, stirbt möglicherweise, weil die passende Arznei gerade nicht vorrätig ist. Hierzulande in einer fortschrittlichen Industrienation nicht vorstellbar. Oder doch? In vielen Krankenhäusern und auch Apotheken gibt es Engpässe mit Medikamenten. Neue Umfragen zeigen, dass insgesamt Arzneimittel mit 280 verschiedenen Wirkstoffen nicht verfügbar seien. Darunter auch lebenswichtige Krebsmedikamente und Antibiotika-Lösungen. Meine Kollegin Sophie König hat versucht herauszufinden, warum Arzneimittel immer wieder fehlen. Keine gute Vorstellung. Ein 5-Meter-Geländewagen, ein Superfast-Ferrari oder ein Maibach für mehr als eine halbe Million Euro? Willkommen auf dem Genfer Automobilsalon, der heute eröffnet wurde. Auch im Jahr 2017 wird noch immer ordentlich mit PS geprotzt. V.a. SUVs stehen auf der Kaufliste ganz weit oben. Auch wenn ein Allradantrieb in der Stadt bekanntlich völlig überflüssig ist. Ja, da kann manch Autoentwickler noch so sehr von Elektromobilität und autonomen Fahren träumen. Ja, schön wär's. Doch Umweltaspekte scheinen derzeit nur eine Nebenrolle zu spielen. Weniger als 70 von 900 präsentierten Modellen in Genf erfüllen überhaupt die ab 2021 von der EU vorgeschriebene Ausstoßungsgrenze für Neufahrzeuge. Auch der Umstieg aufs Elektroauto ist für die meisten Deutschen kein Thema. Zu teuer, zu kurze Reichweite, zu wenig Infrastruktur, lautet meist die Begründung. Selbst der Kaufzuschuss der Bundesregierung ein absoluter Flop. Dabei ist klar, die Zukunft gehört den Elektromotoren. Und der Enkel kennt die meisten Autos, die heute in Genf präsentiert werden, dann hoffentlich nur noch aus dem Museum. Eine ältere Dame in den USA hatte ein Haustier. Nach einem Regentag steckte sie es in die Mikrowelle, um es kurz zu trocknen. Das ging nicht gut. Nach einem psychischen Schock verklagte sie den Hersteller auf eine beträchtliche Summe. So lautet zumindest eine Legende. In einigen Bedienungsanleitungen soll es deshalb heißen, nicht geeignet zum Trocknen von Haustieren. Aber was sie mit einer Mikrowelle tatsächlich alles anstellen könnten, sehen Sie jetzt unter Hashtag Mikrowelle. Algen sind beim Schwimmen im Meer eher unangenehm, auf dem Teller allerdings schon lange kein Geheimtipp mehr. Sie sollen gesund sein, schön und jung machen. Doch womöglich steckt noch viel mehr in dem Meeresgemüse. Die Algen könnten womöglich einige Probleme unserer heutigen Zeit lösen. Von der Energieversorgung bis hin zu unheilbaren Krankheiten. Erste spannende Ergebnisse gibt es an einem der größten Algenforschungsinstitute Deutschlands, im sachsen-analtinischen Köthen. Tja, aber unsere Beiträge sind zumindest für heute erschöpft. Aber morgen ist Nanum 830 wieder für Sie am Start. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss.